so guten morgen der letzte tag der woche doch noch der letzte wochentag vor weihnachten jetzt jetzt mit großen schritten dahin heute 22 machen wir ganz schnell mal auf sehr niedlich unsere goldenen steinchen erkennst du sehr gibt es ja auch in verschiedenen größen guck mal jetzt habe ich alle raus die mag ich gerne die habe ich ganz viel verbastelt in diesen gänseblümchen erinnerst du dich noch mal youtube ist das so bei youtube suchen meine gänseblümchen machen da gab es die sehr schön ich freue mich sehr so einen tollen tag wünsche ich dir und bis morgen